Hallo Benjo. Was geht ab? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hübsch bist du? Selber gebe ich mir da selten Noten, aber ich würde mal sagen 7. Heute schon gelogen? Nein. Bei welchem Song singst du unter der Dusche mit? Frank Ocean, Slight. Welches deiner Körperteile würdest du gerne mal Photoshoppen? Meine Oberarme. Du kannst abends nicht einschlafen und machst den Fernseher an. Was schaust du? Teleshopping oder N24-Doku? N24-Doku. Skateboard oder Longboard? Weder noch, ehrlich gesagt. Aber wenn ich mir aussuchen könnte, die Skills zu haben, dann auf jeden Fall Skateboard. Wer ist der schlechteste deutsche Musiker? Der schlechteste deutsche Musiker? Ich will niemanden angreifen. Mit welchem Promi hast du dich das letzte Mal betrunken? Mit welchem Promi habe ich mich das letzte Mal betrunken? Witzigerweise sind die alle ziemlich alkoholfrei unterwegs. Das letzte Mal betrunken... Ich trinke eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht so viel Alkohol. Dein Gesichtsausdruck, wenn du erfährst, dass dein Album auf Platz 1 gelandet ist? Dein Ritual, bevor du auf die Bühne gehst? Mein Ritual, bevor ich auf die Bühne gehe? Ehrlich gesagt, eine Zeit lang war es immer so, dass ich immer derbe nervös gefragt habe, ob Wasser und Handtücher da sind. Mittlerweile ziehe ich mich so eine Viertelstunde vor Showbeginn einfach komplett zurück. Irgendwo, wo sonst niemand ist. Und mache auch gar nichts, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen das Ritual, komplett gar nichts mehr machen. Fanta 4 oder Haftbefehl? Fanta 4. Dein schlimmster One-Night-Stand? Ich hatte nie One-Night-Stands. Deine neueste Single heißt Perfekt. Was ist für dich perfekt? Musik machen, Spaß haben und so ein Konzert wie heute Abend hier im Kreuz zu Hause spielen. Das ist ziemlich perfekt. Und so verabschiedet sich Benjo von Move36. Bis bald. Das ist ein Konzert.